auf die klasse gegeben und heute spielen wir mal wie ich hier sehen könnt ein spiel namens einkaufzentrum irgendwie so keine ahnung gemacht so ist echt geil gemacht profil aber kann ja okay aber das wollen wir jetzt erstmal nicht so den boden wollen bekaufen dann kaufen wir auch noch natürlich danach diese wände die sind ja auch ganz wichtig weil sonst ist es kein richtiges wir wissen es mal so kann man hier noch so kaufladen 80 wo box 2005 und jederzeit wechsel das super helden fliegen wer zeug vip tag im chat vip schock zusätzliche tipps automatische sammeln zweimal geld dank braucht alles nicht wir kaufen uns jetzt hier die wände dann kommen uns auch noch die rahmen und dann brauche ich noch ein bisschen damit ich glas kaufen kann und wieder ein dings weniger und das hier ja auch noch mal das das ist jetzt das dach anscheinend schiebetüren natürlich dürfen auch nicht fehlen so klar natürlich jetzt wird hier alles ziemlich teuer die kaufaufzug nee will einen neuen schock okay ich bin absolut scheiße in diesem game vielleicht werde ich aber besser wir brauchen jetzt erstmal hier 300 boden du musst die tage 3 reichen um quest frei zu schreiben okay so da habe ich jetzt auch das geld damit ich das hier kaufen kann so das können wir hier wählen wollen wir ein streetwear shop machen also ein kleidungs shop ein schall shop also das sind so schale und frisurshop friseurshop ich bitte am anfang sagen dass wir das machen ok und dann müssen wir natürlich auch einiges kaufen so wer passt gut null geld um hier irgendwas zu kaufen perfekt jetzt aber so wir können erstmal die regale kaufen es ist nur ein kauf ein regal 12 achso egal insel kaufen kaufe stücke ich will sagen ich spare kurz auf das geld dann sehen uns gleich wieder so jetzt habe ich reichlich geld gespart ich hoffe dass es reicht dieses zimmer wir kaufen uns jetzt mit diesem regal das hier das und das müssen wir sparen t shirt aber geil haben wir hier so klamotten drinnen dann können wir ihnen können uns noch die fatten perfekt der kaum heinkommen ist jetzt nicht fast am waast ah ich verdiene sogar jetzt durch deren geld wenn ich weg geht ich mache das mal für euch ein bisschen leise jetzt aufer beleuchtung kommen besuche mich wieder wenn du etage 3 erreicht das kann ich was ich jetzt gekauft pflanzen kaufen ja noch ein bisschen kann ich mir kaufen so und so 780 für einen neuen shop dann kommen sie noch den aufzug und noch pflanzen aber man kann tatsächlich da ist ja gar nichts egal wir kaufen uns jetzt in den neuen shop damit wir auch ein bisschen geld verdienen warten laden shop und elektronisch handy shop das hier natürlich display kaufen display kaufen kaufe kasse ja die kaufe ich weil dann können nämlich leute schon die kasse hier kaufen kauf und display die sind auch meist ich verdiene jetzt schon 42 in der sekunde nice 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 ohne alles also was hatte kann ich 420 noch für die uhr und das hier ist auch fertig perfekt so dann können wir uns auch schon fast direkt ins nächste holen und das holen wir uns natürlich direkt ist ja klar also ich glaube hier ein zwei drei weitere kann man noch holen so massage salon ja machen wir das okay okay let's go okay so ich habe mal kurz auswärts in zwei sachen schon gekauft so vorankaufen vorankaufen das sind natürlich so gut dann müssen wir jetzt hier wieder raus genau genau so da haben wir das auch wieder also hier diese grünen dinge geben uns anscheinend geld steht da so und dann kaufen wir uns hier ein massage dings bums und das kaufen wir uns dann auch nochmal gleich und dann haben wir auch schon das fertig dann würde ich sagen kaufen wir uns den kaufbereich da irgendwie so damit wir das uns holen können und dann weiß ich gar nicht weil da kann man das ja auch antreten nö schreckliche massage hallo geht nicht wie laufe ich denn eh so kaufbereich pflanze kaufen ankaufen blablabla kaufen so dann eine bank nochmal das dann noch eine pflanze und dann so elchip kaufen so jetzt noch ja kaufbereich 3 so aber ich schicke nicht warum das nicht geht geht nicht egal ja ich außer sehende drauf gedrückt so 19 ach so haben wir sogar das holen wir uns noch oh äh bult ma bild ne ja dann machen wir das so kaufe kasse ja ja die kassen sind hier echt beliebt ey ja klar wir verdienen 2.800 so äh gefrischtränke ja dann machen wir mal die kasse hier ich kaufe panzer alles klar grill kaufen ja damit sie auch hier ein bisschen trinken kühlschrank und oster ok machen wir natürlich so oster und wühlschrank so bitte das war es aber erstmal mit diesem part wenn es euch gefallen hat das gerne liken abo und kommentar hat auch gerne auf meinen neuen auf meinen discord server vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt sowie noch weitere links wie ich zeige und co falls ihr einen zweiten part davon haben wollt das gerne ein like da würde mich auf jeden fall sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten video wieder und heute euer stand ciao ciao